Kevin lebt seit 4 Jahren in seinem Tiny-Haus. Als er nach seiner USA-Reise mit seinem Bus nach Hause kam, hat er gemerkt, dass viele Gegenstände für ihn gar keine Bedeutung mehr haben. Deswegen hat er ihn nach und nach einfach abgegeben. Aus seiner 180 m² grossen Luftwohnung ist er umgezogen in einen 20 m² grossen Zirkuswagen, den er selber umgebaut hat. Wieso er sich aber nicht als Minimalist verzeichnet und eine recht spezielle Sicht in Bezug auf die Nachhaltigkeit hat? Das erfahre ich mir jetzt. Musst du manchmal auf etwas verzichten? Nein, ich verzichte eigentlich auf nichts in dem Sinne. Es gibt ganz selten Situationen, wenn du krank bist oder nicht wohl bist, wo du denkst, jetzt ein Bad nehmen wäre mega gut. Wohnraum, also Fläche, hat in dem Sinne keine Bedeutung mehr für mich. Das ist mir einfach nicht mehr so wichtig. Ich brauche nicht irgendein Fernsehzimmer und noch ein Femmoire. Nein, ich verzichte wirklich auf nichts. Würdest du dich denn als Minimalist bezeichnen? Ich bin kein Minimalist. Also ich sage, ich gehöre nicht in die Kategorie hinein. Ich habe wenig Sachen, das ist so, aber das ist nicht Minimalismus irgendwie als Lebensbild oder so. Gar nicht. Also wenn mir etwas wichtig ist, dann kaufe ich mir das. Und ich habe irgendeine Idee, wie eine Welt funktionieren und wie ein Leben funktionieren soll. Und dann gehört im Moment so eine Wohnform dazu und dann mache ich das. Und ich bezeichne das jetzt nicht als Minimalismus, sondern einfach, ich brauche jetzt einfach gerade eine kleinere Wohnung. Ist die Nachhaltigkeit für dich ein Thema gewesen? Am Anfang gar nicht. Also das war bei mir wirklich ein Prozess während des Umbau. Und hat jetzt einen höheren Stellenwert in meinem Leben, als es vorher hatte. Das ist ein relativ übergreifendes Thema. Und ich glaube, mein Bewusstsein hat sich wirklich aufgemacht, um zu sagen, ich schaue mehr auf diese Sachen. Und ich glaube, in dem Moment, wo man ein Bewusstsein für so etwas hat, ist es keine Anstrengung mehr, sondern es ist eigentlich eine Motivation. Ist ein Tiny House dann auch wirklich so nachhaltig? Eigentlich nicht. Es ist eben nicht nachhaltig. Ich habe mein Tiny House. 20 Quadratmeter. Cool. Ich hätte aber gerne einen Garten rundherum. Ich hätte gerne schon etwas Land. So 100, 150 Quadratmeter. Weil ich möchte ja nicht so. Sonst sind wir dann in Amerika bei diesen Trailerparks. Das wollen wir ja nicht. Also möchten wir Land rundherum haben. Ich habe 1500 Quadratmeter Land. Dann stelle ich dort 10 Tiny Houses auf. Für vielleicht 20 Leute. Das macht keinen Sinn. Das ist nicht nachhaltig. Wenn man so etwas durchdenkt. Auf 1000 Quadratmeter, 1500 Quadratmeter kann ich definitiv etwas Besseres bauen als 10 Tiny Houses. Und das ist nicht nachhaltig, wenn man so etwas durchdenkt. Also man müsste auch die Wohnkonzepte neu denken. Dass man sagt, wie kann man jetzt eine Sonnenfläche wirklich sinnvoll nutzen und nachhaltig nutzen. Und dann glaube ich, gibt es bessere Konzepte als Tiny Houses. Hast du Tipps für jemanden, der Downsize möchte und nicht weiss, wann er anfangen soll? Das, was funktioniert, ist durch die Wohnung durchlaufen und mal... Schlussendlich irgendwo anfangen. Also Kleider ist wahrscheinlich ein guter Ort, um mal zu anfangen. Bücher, CDs, ist auch nicht schlecht. Ich glaube, bei irgendeinem Ort anfangen und sich ganz bewusst überlegen, was hat es noch eine Bedeutung für mich? Was hat es für eine Bedeutung für mich? Und dann anfangen, Sachen wegzugeben. Ich glaube, das grösste Problem ist wirklich durch die Wohnung durchlaufen und gerade das Gefühl habe, ich muss jetzt alles wegräumen. Also das macht irgendwie auch keinen Sinn. Ich fange irgendwo an und gebe mal drei Sachen weg, sodass man so für sich einen guten Weg findet, um Sachen wegzugeben und nicht einfach, welches Buch oder eine Bewegung jetzt sagt, du musst das jetzt machen, welches ist besser? Dass die Wohnfläche einmal ausgeht, das ist klar. Ein Tiny House ist sicher ein guter Lösungsansatz und es fördert auch das Bewusstsein für die Nachhaltigkeit, aber das allein ist es noch nicht. Die Idee muss definitiv noch weiterentwickelt werden. Genau, aber vergiss nicht, am Schluss ist es auch immer mega wichtig, egal wo du wohnst oder egal auch wie du wohnst, dass du dich auch richtig wohlfühlst.